Wer über die Armut spricht, muss auch über den Reichtum sprechen. Deswegen will ich eine Zahl nennen. Das reichste Geschwisterpaar der Bundesrepublik, Susanne Klatten und Stefan Quandt, haben im Mai dieses Jahres eine Rekorddividende bei BMW in Höhe von 994,7 Millionen Euro bezogen. Das ist sozusagen wirklicher Reichtum. Natürlich gibt es auch sehr, sehr hohe Managergehälter. Aber den wirklichen Reichtum in unserem Land, den vereinen vor allen Dingen Familienaufsicht, die bei uns immer als Familienunternehmer bezeichnet werden, in anderen Ländern aber mit dem Namen der Oligarchen bezeichnet werden. Diese Reichtumskonzentration ist ein Problem, das eng verknüpft ist damit, dass sich die Armut bis in die Mitte der Gesellschaft hinein auszubreiten droht. Ich will auch da so ein paar Zahlen nennen. 20,2 Prozent aller Menschen in unserem Land haben nach Auskunft des DEW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kein Vermögen. 7,4 Prozent haben sogar ein negatives Vermögen, das heißt mehr Schulden als Vermögen. Und das bedeutet eben, dass über 20 Millionen Menschen im Land im Grunde nur eine schwere Krankheit oder eine Kündigung von der Armut entfernt sind, weil sie nichts auf der hohen Kante haben. 10 Prozent aller Menschen sind überschuldet. Das zeigt deutlich, dass auf der einen Seite die sozialen Nöte sich ausbreiten und auf der anderen Seite eben ein unvorstellbarer Reichtum sich in wenigen Händen konzentriert. 8,5 Prozent aller Zache Bis zum nächsten Mal.